Against the Storm, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein City Builder Roguelike, könnte man sagen. Man baut seine kleine Stadt auf, muss dann immer ein bisschen Missionen machen und dann weiter geht's. Das schauen wir uns aber gleich mal direkt im Spiel an, bevor ich mir jetzt hier einen Wolf erzähle. Alles in seinem Weg. Die einzige Safehaven ist die Stadt der Schmeldung, wo die mysteriöser Schmeldung der Königin regiert. Du bist einer ihrer Viceröse, ein Pionier, sentiert in den Wilden, beschäftigt mit establishingen neuen Settlementen und akquirieren die Werte wertvolle Werte für den Kronen. So, und wieder da. Der Gesandte der Königin. Nutze VASD oder die Maus, um die Kamera zu bewegen. Natürlich mache ich das. So oder so. Wenn du ein Dorf vernachlässigst, erhöht sich die Ungeduld der Königin und du ziehst ihr ihren Zorn zu. Wenn du deine Pflichten erfüllst, erhöht sich die Reputation der Stadt und schaltest neue Gebäude frei, was dir schließlich den Sieg bringt. Entscheide dich jetzt für einen neuen Entwurf und wähle das Kronensymbol aus. Jede Expedition beginnt mit nur wenig grundlegenden Entwürfen. Je mehr Reputationspunkte du sammelst, desto mehr bekommst du. Wähle jetzt das Holzfällerlager. So. Drücke zum Fortsetzen. Leer. Der Gesandte der Königin. Bau ein Holzfällerlager und erkunde den Wald. Das Feuer darf niemals ausgehen. So. Schön, da sind wir. Wir haben Menschen, wir haben Fieber und wir haben Echsen. Hier ist nochmal Gewinnen und Verlieren. Hier sind unsere Nahrungsmaterialien und sonstigen Ressourcen. Hier ist unsere Tasche. Da sehen wir unser Missionsziel. Wir müssen zehn Holzfäller im Lager haben und wir brauchen zwei. So. Und hier unten haben wir unsere Straßen, Lager, Dekos und so weiter. Ähm. Holzfällerlager. Und hier muss man immer schauen. So. Bau es. Bau es. Ähm. Wir wollen in diese grauen Gebiete. Da ist immer was dahinter. Bei denen sind gefährliche Lichtungen. Also das Ganze schimpft sich dann eine Lichtung. Genau. Und es gibt aber auch gefährliche Lichtungen. Das nächste Holzfällerlager kommt hier hin. Jawohl. Und jetzt können wir hier Arbeiter einsetzen. So. Da wollen wir Biber drin haben. Weil Biber sind gute Holzfäller. Ja. Es ist gerade in den Full Release gekommen. War vorher noch im Early Access. Ist sehr cool. Ähm. Ja. Und dann brauchen wir auch hier noch Leute. Da schicken wir aber jetzt mal ein paar Männchen hin. Männens. So. Und wir haben unseren ersten Auftrag erfüllt. Holzfällerlager. Belohnung. Bäume zum Roden markieren. Um einen Weg durch den Wald zu baden. Die Richtung schneller zu erreichen. Kannst du bestimmte Bäume markieren. Und sie fällen lassen. Wähle das Axt-Symbol unten rechts aus. Das sind erstmal die Wege, die wir gehen wollen. Gewinnen und verlieren. Ja. Da haben wir das. Erkundung. Da haben wir das. Wir haben wieder was Neues in unserem Inventar. Und zwar Erkundung der Wildnis. Bahne den Weg zu... Äh... Bahne dich durch den Wald, um zwei Lichtungen zu entdecken. Weise fünf Biber dem Holzfäller beruft. Werde ich gleich auch tun, weil hier können die raus und dafür Biber rein. Sechs Stück nehmen wir sogar. Dann geht das Ganze nämlich schneller. Wir haben auch einen Kronenpunkt. Dein Ansehen wächst. Du kannst dir jetzt einen der verfügbaren Entwürfe aussuchen, den dir die Königin anbietet. Eine Unterkunde kann jeden dort Bewohner herbergen, befriedigt aber nicht das Bedürfnis nach artenspezifischem Wohnraum. Muss in der Nähe einer Feuerstelle gebaut werden. Kann drei. Genau, wir müssen mal Häuser bauen. So, und ab jetzt wird's lustig, weil jetzt kommt Platz. Dup, dup, dup. 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 Drei, sechs. Noch zwei brauchen. Und, öp. So. So. Weiter geht's. Hier bauen wir jetzt lang... Ah, genau, hier. Wurzelvorkommen. Da haben wir ein Wurzelvorkommen. Und hier kommen wir als nächstes durch. Ähm. Die 35? Welche 35? Äh. Wo siehst du 35? Ach so. Äh, 35 Bewohner. Wo siehst du 35? Ach, insgesamt. Ja, nee, das ist die Stimmung von denen. Entschlossenheit. Nennt sich das Ganze dann. Da, 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 da. Abschlussfähige Aufträge. Dung, 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 dung. Wir haben eine zweite Lichtung. Und hier gibt es Örtz. So. Liefern. Als nächstes. Kleines Nahrungssammlerlager. Und Nahrung sammeln. Heißt, wir bekommen jetzt hier kleines Nahrungssammlerlager. Dein Ansehen wächst. Du kannst dir, ja, kennen wir inzwischen. So, und wir brauchen ein kleines Nahrungssammlerlager. Und zwar genau... Ach, ja. Und wir brauchen noch eine Hütte. Da kommt noch eine Unterkunft dran. Zack. Wunderbärchen. Das waren auch Nahrungsmittel. So. Und hier wollen wir Menschen einsetzen. Menschen sind sehr gute Nahrungssammler. Ja, hat er es. Wir können Straßen bauen. Bis jetzt nur Wege. Das wäre dann so. 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 Kost halt Ressourcen. Und so. Dann machen wir hier den... Den Schiet noch dicht. Können wir das? Ja, wenn wir dann auf die Straße gehen. Bumpf. So. Jawohl, da wird gefällt. Das gefällt. Und da sammeln sie die guten Männchen. Die hier sehr interessant aussehen. Mit ihren Rückenschilden. Ich habe erst gedacht, das wären Gürteltiere. Und... Ja, wir könnten auch die Geschwindigkeit ein wenig erhöhen. Das geht auch bei dem Spiel. Und hier haben wir halt unsere kleine Feuerstelle. Das ist das Herz unserer Kolonie. Ja, und die Königin ist ungeduldig. Na dann wollen wir doch mal unseren Auftrag abgeben. Nächstes. Steinmetzler. Und Lehm holen. Auch dies werden wir natürlich umgehend erledigen können. Ähm... Im normalen Spiel ist es dann nicht so, dass man immer alles... Nur das eine Gebäude nehmen kann. Im freien Spiel ist... Also nicht freien Spiel... Doch. Im Nicht-Tutorial ist es dann so, dass man... Ja, man kriegt... Drei verschiedene Gegenstände waren es, glaube ich, zur Auswahl. Tü-Tüng. Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü. Und hier wollen wir jetzt... Egal was reinsetzen. Einen Mönchen... Und eine Äckchen. Pssst. Sehr schön. Und auch die machen ihre Arbeit. Langsam, aber sicher. Wir boosten mal ein wenig. Boosten lohnt sich nicht immer. Sag ich gleich. Aber oftmals schon. Wir arbeiten halt hier gegen unsere... Gegen das Wetter. So. Und wieder normale Geschwindigkeit. Neuankömmlinge. Pervun Runenschnabel. Königlicher Sturmleuter. Diese Leute wurden von der Krone hierher geschickt. Welche Gruppe soll bleiben, Stadthalter? Die andere wird zur nächsten Siedlung weiterziehen. Wollen wir einen Beber und einen Männchen oder zwei Ex? Ich nehme die zwei Echsen und baue noch eine Hütte. Hütte! Auf! Oh, Unterkunft. Baue er! Genau. Und wir haben den Auftrag abgeschlossen. Als nächstes. Ein Erntelager. Ein verbessertes Lager. Kann ich nur von kleinen, sondern auch von großen und riesigen Ressourcenknoten sammeln. Sammeln. Pflanzenfaser und Schilf. Gut. Lachs. Das ist Pflanzenfaser. Genau. Heißt, wir bauen jetzt genau hier... Ja. Das Erntelager. Ne, wir bauen das hier hin. So schaut's nämlich aus. Ha! Und auch hier haben wir jetzt wieder was. Hier haben wir ein Kräutersammlerlager. Eine Ruine. Wir können es ausschlachten oder neu bauen. Was wir wollen, ist Neubau. Haben wir denn alles dafür? Müssten wir. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei. So. Hier haben wir dann Pilze. So. Und weiter wird abgebaut. Wir sind auf einem guten Weg. Das ganz zu schaffen. Untätiges Kräutersammlerlager. Los geht's. Genau. Wir brauchen neue Bäume zum Roden eigentlich. Kommen wir irgendwie dahin? Reicht das? Nee. Wir müssen ein neues Holzfällerlager bauen. abschlussfähige Aufträge mal wieder. Zack. Da. Ah. Wir müssen jetzt erarbeiten. Sehr schön. Das heißt, wir bekommen jetzt eine primitive Werkbank. Und diese, Moment, ich muss mal wieder die Geschwindigkeit runterschrauben. Bauen wir. Oh, das ist perfekt. Perfekt. Sehr schön. Und da wird es fertig gebaut. So. Bei Kräutersammler, bitte. Einmal und zweimal. Nein, ich bin es richtig. Du noch nicht. Bäume zum Roden. Peri-Roden, bitte. Das Schöne ist, man sieht hier auch ausgegraut, bis wohin man kann. Heißt, ich kann hier einfach entmarkern. So. Äh, Logistik. Jedes Gebäude hat einen internen Speicher. Dadadada, jada, jada, jada. Okay. Lichtungsereignisse hatten wir gerade. Das nächste, was wir wollen, ist auf die nächste Lichtung. Nicht auf die, sondern eine hier. Heißt, wir brauchen ein neues Holzfällerlager. Holz. Nein. Genau. Der braucht Mitarbeiter. Zack. Zack. Hier können wir jeweils einen entfernen. Zack. Und die kommen dann da rein. Und hier wird alles gemacht. Also das macht jetzt einmal bunt durch. Wir brauchen keine Rohre zum Beispiel. So. Wähle einen Grundstein. Wir können jetzt entweder Tichlerwerkzeuge oder Erkundungsvertrag nehmen. Die Königliche Akademie möchte eine detaillierte Karte der Region haben und unterstützt jeden, der seine Hilfe anbietet. Du erhältst 20 Schilf und 20 Lehm für jede entdeckte Lichtung, oder? Baumaterialien sind der Grundstein einer jeden Siedlung. Die Produktion in Folgengebäuden findet 50% schneller statt. Damit hier bewerkbar. Ganz ehrlich, ich nehme die Ressourcen für jede Lichtung. Wir haben noch vier Lichtungen, die wir erkunden können. Das ist ein bisschen was. So. Und dann wollen wir Holz hacken. Und zwar einmal hier und einmal hier. So. Und dann kommen hier nämlich zwei Biber rein. Die Biber Butzemänner. Neuankömmlinge in vier Minuten. So. Abgebaut. Hier wird gebaut. Hoffe ich doch mal. Ne? Warum baut ihr nicht? Baut doch. Ne. Moment. Das muss ich jetzt mal schauen. Schnell mal starten. Go, go, go. Stellet her. Stellet her. So. Und jetzt. Ah. Jetzt passt's. Das dauert ein bisschen. Deshalb mache ich den Booster an. Nieselregen. Jahr zwei. Nächster Sommer in zwei Minuten. Mehr Skinks für die Siedlung. Genau. Deshalb haben wir die Echsenmenschen genommen. Oh, er juckt. So ein Scheiß. Und wir bauen unsere Siedlung weiter. Brauchen wir noch Bretter und Stoff. kleine Feuerstelle Stadtgebäude. So. Was brauchen wir? Ähm. Dann nehme ich doch die drei Mitarbeiter. Ganz ehrlich. Voll neues Haus. Auf. Und weiter geht's. Dann kann ich nämlich hier noch einen weiteren Biba-Butzelmann reinsetzen. Wenn nur noch Bretter gemacht werden, Kollegen. Da sind sie schon. Und hier graben wir gerade zwei neue Lichtungen aus. Da sind wir durch. Liefern. Und das letzte Ziel. Gefährliche Lichtung. Bahne dir einen Weg durch den Wald, um eine gefährliche oder verbotene Lichtung zu decken. So. Dann. Hacken. Kann ich dich bewegen? Verschieben. Jawohl. Wusste doch, dass das ging. Du kommst dahin. Wir bauen einen Störrader. Und wir graben uns durch. So viel brauche ich gar nicht. Und auch hier kommt noch jemand rein zum Holzhacken. Wunderbar. Wähle einen Entwurf. Wir können jetzt, genau. Biberhaus, Hexenhaus, nicht Hexenhaus oder Menschenhaus. Wir nehmen das Biberhaus. Wir werden es eh nicht bauen. Das wäre cool, wenn man eben, dass man die Biber glücklicher macht. Die sind happy, wenn sie ihre eigenen Häuser kriegen. Na ja, was soll's. Hack ich halt Holz. Und da sind wir auf dem Weg. Da haben wir eine Tiedlung mit Eiern. Eier, wir brauchen Eier. Hier. Was kommt hier für eine Lichtung? Also hier müssen wir nicht mehr hacken. So, und da kommt dieses. Da müssen wir dann eine Essenz, äh, Essenz, genau, ein Ersetzer im uralten Schrein Schriftrollen durch Stoff. Hier gibt es, was bist du? Moment. Entweder wir setzen sie zu, wenn heißen sie willkommen, oder wir senden sie weg. Wir können uns hier auch durchsuchen, was wir gerne hätten. Aber Pilze sind gut. Das machen wir doch. Aber dazu teilen, jawohl, und untersuchen. Weiter geht's. Die letzte Lichtung. Also hier oben wäre noch eine zwei gewesen, drei gewesen. Aber die brauchen wir in dem Fall nicht. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir die gefährliche Lichtung schaffen. So, Steinmetzlager hat keine Vorkommen mehr in der Nähe. Ja, dann wirst du einfach verschoben. So, wo gibt's Steine? Eine Steine mehr. Da gibt's einen. Und hier gibt's zwei. Zack. Genau, was müssen wir hier tun? Da brauchen wir drei Leute. Eins, zwei, drei. Wir brauchen das und das. Untersuchen. Hier mussten wir genau. Hier hatten wir diese Option, dass wir entweder, ähm, Schriftrollen haben oder Stoff. gestorben. Äh, weiß Fluch. Das war doof. Na komm schon, ihr habt's gleich. Du alter Schrein. Wähle einen Grundstein. Wir nehmen neue Leute. und wir haben den letzten Auftrag erfüllt. Damit bekommen wir 30 Bernstein und liefern das Ganze ab. Ja, auf jeden Fall. Das Long Game, wenn du ein Long Game hast, ist es sinnvoll, alles mitzunehmen. Wir haben freigeschalten. Holzfällerlager, kleines Nahrungssammlerlager, Steinmetzlager, Erntelager, primitive Werkstatt, kleine Feuerstelle, kleine Lagerhaus, Handelsposten und Acker. Acker.